Hallo, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Du gehst auch. Ne, ich bin der Dings gelassen in der... Oh, was? Gut. Oh Mann, ey, Lukas. Ich fänd' meins auch nicht, obwohl ich nicht in der Schule gelassen hab. Mysteriös. Ein Fall für Galileo Mystery. Äh, ja. Okay, okay. Ich brauche Holz. Ich nicht. Ey, ich hab ganz viel Holz, ähm, bei mir in der Bude. Ja, ich auch. Ja, warum brauchst du dann Holz? Um Sachs zu sein so? Du Weixer, du. Ich hab' gute Idee mit dem Weixer. Schwertstein auf, äh, Dings ab und über. Ey, wo hab' ich denn jetzt? Ach ja, Stein hab' ich ja hier hinten. Ich ho' das ja toll, ne? Ja, dich ist wunderbar. Du harter Hund. Ah, Hebel. Warte, wie viel brauche ich? Keine sieben. Egal, hab' ich jetzt. Ähm, acht. Zack, bumm. Wau, 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 wau. You know it, oh, maybe, oh, Jamie, we watching you know. I like to sing with a radio. I like to sing in real life. das war geil das war richtig cool ich weiß, ich bin ja noch nicht cooler also passt was eigentlich müsste ich das noch so installieren dass man von beiden Seiten das Licht ausschalten kann aber egal ich weiß, du willst dich schlagen du kannst nicht das ist so ein Video bei Facebook wenn ich ich weiß, du willst dich schlagen aber du kannst nicht bei deinem Haussitz ist so ein riesiges Loch an Sand, weil ich das gefarmt habe das ist ja geil nein, war ein Witz, ich bin wieder lustig man hört jetzt mein Mausklicken ziemlich doll hab ich im Gefühl das hört man immer bei dir ja ja das ist halt scheiße man hört es halt auch egal welches Mikro du hast, man hört es auch immer wie du mit der Tastatur etwas eingibst das ist doof, ich weiß ja, du bist doof ohne Spaß, ey, wie viel Sand hier ist ist ja nicht mehr nett ey Mark, weißt du was ne oh mein Gott, dieses Internet, was ich so habe, ne ist so scheiße, wenn ich hochlade, ne meins ist geil ähm also ich hab heute Dings aufgenommen äh, League of Legends echt, erhaut ich nehm bald, ähm, Team Fortress 2 auf aber noch besser als LOL 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 damit das jetzt bei mir keine Verwechslung gibt und viele sagen auch immer lol dazu lol 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 so, ähm, Leute ja, hab ich gehört, ich hasse ihn jetzt dich auch, ihr seid scheiße Team Fortress ist richtig kacke, Alter ich hasse euch, ihr seid richtig kacke, wisst ihr das? ihr seid richtig scheiße, ne? von dem Typen, der euch gehatet hat, darum ja das nenne ich mal ne Drohung wer hat uns denn gehatet? unter eurem billigen Spaß, dass ihr so schlecht bewertet habt hat auch gesagt, ganz viele Leute spielen da ach so das Opfer da das ist so einfach kacke, das Spiel nein so, ähm das kann schon was Freunde und Verwandten hier so das war's so mit Let's Play Minecraft für heute ich nehm heute wahrscheinlich nicht mehr auf oder heute Abend, aber Marc will ja nicht machen, oder heute Abend? Marc? Ah, vielleicht okay, entweder, ja egal für euch kommen für euch kommen die Folgen ja eh irgendwie anders regelmäßig, ähm insofern ciao Leute ich bin übrigens schon bei der zweiten Aufnahme, Papst ich auch, schon lange seit wie fünf Sekunden ich schneide das irgendwie das plötzlich in der Mitte irgendwo ein Cut ist oder so das krieg ich schon hin Dach haha du bist Dach 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 der ob es auch überhaupt nein wasser schon sie glaubt ich bin nicht auf seid und ich werde nicht bergenden und das war um das auch zu kleiner das hat sich nicht sagt der Schockes Stattdienst K okay und so ist mir mit zum 1 Hoho 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 Lukas, es ist mitten in meiner Aufnahme, das weißt du. Jo. Das wird man mit einem Millionenpublikum erfahren, dass du so inkompetent bist und dir selbst einen runterholst und das ist eigentlich normal. Und ich glaube aber wieder scheiße, aber ihr kennt es ja nicht anders. So, Anruf. Oh, die Einstellung. Oh, ich check es langsam. Hey, du kannst ja, ich hab 14 Abonnenten. Yeah. Zulangsam kann ich echt YouTube-Money verdienen. Was? Ich hab 14 Abonnenten, ich kann jetzt YouTube-Money verdienen. Kann man gar nicht. Ja, ich weiß. Wusstest du, dass man, wer ab 25.000 Abonnenten offiziell YouTuber ist, von Beruf. Ist ja krank. Marc, hörst du mich jetzt immer noch gut? Nein, ich höre dich mega schlecht, um genau zu sein. Und jetzt? Jetzt höre ich dich wieder besser. Aber die Qualität ist halt immer noch so am Arsch. Am Arschgehalde, Frau Meide. Ja, ja, ja. So, Marc, du kannst mich jetzt nicht hören. Also, du hörst mich gut, oder? Ich höre dich jetzt, ja, so wie eben. Okay. Muss ich das irgendwie anders sehen? So, jetzt hörst du mich gut, ne? Naja, so wie eben halt. Ähm, wir werden die ganze Zeit aufgenommen haben. Ja, sehr schön. Das ist voll kacke. Ich Junge, kauf dir mal ein neues Mikro. Ja, ähm, ich hab's geplant, aber ich weiß noch nicht genau, wann. Also, ich will halt... Ich will eigentlich so... Ich weiß nicht, ob ich mir direkt so ein richtig... Weißt du, so ein Profi-Mikro holen soll? Oder ein Headset? Hol dir ein Headset. Ich meine, zum Beispiel, hol doch was, was ich hab für 100 Euro. Welches hast du denn? Ich googel das mal kurz. Ähm, muss ich mal nachgucken. Wo steht denn das? Robo-Cat-Cave. Was? Robo-Cat? Wie heißt das? Robo-Cat-Cave. Mit K, das Cave. Robo-Cat. Ähm. Robo-Cat. Robo-Cat, ja. Robo-Cat was? Cave. Cave mit K. Cave mit K, ne? Ja. Ach, von Ro... Von Rocket? Die bitte? Das ist von Rocket? Ähm... Hier steht nirgends was mit Rocket. Ah doch, ja, ist es. Rocket. Ach so, Rocket. Alter, du hast voll das... Robo-Cat. Ja, Rocket. Ich hab Robo-Cat gelesen. Alter, Junge, du hast n richtiges Profi-RZ. Äh, finde ich jetzt. Boah, Junge. Das ist ja richtig krank, Alter. Ich bin nur nicht beschäftig. Und da ist ja ein kleines Mischpult dabei, ne? Ähm, ja. Guck mal, mit dem kann ich jetzt auch meine Stimme lauter. Und was kann man da machen? Ähm, mit so'n, ähm, Dings hier, ähm, halt leiser stellen. Da ist kein kleines Rätchen am Mikro. Das ist da in dieser komischen Fernbedienung da dran. Ähm, an diesem Mischpult. Und wenn man... Das kann man dann so aufmachen. Dann kann man da einstellen. Center, Front, Rear und Sub. Und irgendein Game oder Movie. Und man kann sich halt auch muten. Was so mega spezial ist. Hör mal auf, Lukas. Hey, was mach ich denn? Du pustest da die ganze Zeit ins Mikro rein. Wie ein Ork. Hahaha. 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 Mikrofon, ja, das soll das sein. Äh, Mikrofon, Lautsch... Vom Aussehen her sieht das Mikrofon von meinem Mikro ein bisschen billig aus, irgendwie. So klein und rangeschießend. Mark? Ja? Vielleicht hol ich mir auch deins, was du hast. Ja, das kann ich dir nur empfehlen. Was mich... Ich erst ein bisschen klar wird, dass es halt wie fünf Stecker hat, die man in den PC einstecken kann. Ich hab nur zwei. Und man muss aber... Ja, USB ist für Vibratoren. Ja, ja, man muss halt USB und dann sind da fünf mit diesen Farben halt. Eben grün und dieses pink, was man halt braucht. Hier... Ich hab's wahrscheinlich keine Ahnung. Gelb und schwarz. Gelb und schwarz. Und... Tja, dat war's. Ich werd mal kurz gucken, wie viel das kostet. 100 Euro. Oder so. Ich guck mal bei... Ähm... Leute, das kostet 60 Euro hier. Wie bitte? Hier, also... Hier gibt's für 76... Ne, das ist ne Maus auch. Ähm... Ja, okay, Mikro-Maus, Verwechslungsgefahr hoch. Ähm... Okay, wir waren noch was. Ähm... Rocket Cave, solid 5.8 Gaming-Heads, 59,99 Euro. Was, nur 60 Euro. Was, nur 60 Euro? Ich dachte, was kostet 100, aber... Ja, egal, ist ja auch so gut so. Auf jeden Fall kann ich dir nur empfehlen. Gab's bei Saturn. Ja, so. Ja, vielleicht hol ich mir aber auch ein anderes, weil... Oh, Alter, ich seh hier gerade richtig... Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Was ist los hier? Oh, mein Video ist schon bei 38 Prozent. Gerendert? Nein, ich lade hoch. Ah, okay, ich guck mal auch grad bei mir. Ähm... Ich lade mal bei mir, ich lade hoch. Oh, mein erstes, äh, ich lade hochgeladen, dass er auch bei zwölf Prozent noch 115 Minuten. Äh, ich lade dort immer verlangen, hochzuladen. Ähm, so um die 300 Minuten. Wahrscheinlich, dass da... Das ist so eine geile Grafikkarte, die ich, das nicht verarbeiten kann. Ähm, auf jeden Fall. Also, ich... Da muss man gucken. Hier gibt's ein geiles Headset. Das ist... Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, das ist was. Gaming Headset. So, erstmal suchen. Okay, also... Rocket... Okay, alter sei. Wieso schreibe ich Rocket mit Kaka? Aber... Aber ist dieses... Mit Spuren, was da dran ist, nicht voll schwer? Ähm... Nö, es geht halt. Das... Gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich gewöhnt hat, das ist... Es ist irgendwie voll cool. Ich meine... Man hat halt einfach so ein Fernbediener und das ganze Mikro und so. Das ist voll das Geile, da fühlt man sich voll Fame. Wieso denn Fame? Meine Ahnung, es gibt sich einfach mal... Wieso fühlt man sich... Man fühlt sich geil, das ist so ein geiles Gefühl. Ich habe übrigens hier auch noch einmal, ähm... Ich hoffe, dass Schumacher überlebt. Ja, aber wir auch mit deiner komischen Hirntransplantation da... Ja, jetzt... ...wsteht ja auch die Chance, dass er sein Gedächtnis... Gedächtnis so verliert und dann so ein ganz neuer Mensch ist, wenn du das aus Comic kennt. Aus Comics. Geil, geil. Das ist kein bisschen geil. Lukas, das ist jetzt überhaupt nicht lustig, finde ich. Für alle Zuschauer, wenn man mag, bitte mal auf BilligLP gehen. Äh, das ist die Hälbe, wie geht für die Zuschauer auf BilligLP. Hör, ich nehme mich auf. Ah, 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 ah. Ah, verdammt, stimmt ja. Naja, sagt einfach den Zuschauern von Billig... Ah, der ist auch so, ich bin gerade echt voll... Aber dein Headset, Alter, das ist voll cool. Ich weiß. Ah, ist voll geil, wenn man da... ...wann es aufhaut und dann so an die Seiten raufklopft. Das ist dann voll so... ...echo-mäßig. So, das schalt dann... Echt? Mach mal. Nee, also du kannst das nicht hören, aber ich halt nur. Ach so, okay. Wart mal kurz. Wart mal kurz. So, Freunde, das war's mit der Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Tschüss.